Ein bisschen ist gut. Wobei ich kann... Okay, wir gehen in eine Stadt und machen von da aus Fast Travel. Ein bisschen cooler Kompromiss. Sind auch da jetzt schon zwei Oblivion Gates hier. Einem sind wir gefährlich nahe gekommen. Äh, wie viel Carrying Capacity haben wir eigentlich? Da könnten wir uns also eigentlich auch auf... Äh, einfach... Da könnten wir uns... Es uns eigentlich auch direkt auf die... Uns zum Ziel machen, dass wir hier das Oblivion Gate clearen. Aber ich glaube, das haben wir sogar schon. Am besten sollte ich mal die Kaul übrigens dequipen. Ich glaube, das macht keinen allzu guten Eindruck, hier mit einer... Mit der Kaul auf einer Tunnel hier reinzukommen. Die stehen da nicht so drauf, habe ich gehört. Ist das hier? Ne, ist das nicht Schellomir. Ne. Einfach mal ein Pferd, was hier einfach nur rumsteht, okay? Die Schafe da hinten drehen auch schon ein bisschen durch. Meine Magicka regeneriert sich auch nicht. Das ist gerade, dass es noch ein bisschen sauer aufstößt. Kann ich jetzt... Ja, okay. Fast Travel funktioniert wieder. Den ganzen Weg hier von Miss Carryingt, ne? Also irgendwo hört es auch auf, so. Äh, genau. Cloud Roller Temple. Oder sagen wir, wenn jetzt wieder das Battle-Team kommt, dann stimmt da irgendwas nicht. So, also einiges passiert tatsächlich seit dem letzten, ähm, Diatric Artifact, was ich hier Martin gegeben habe. Mittlerweile bin ich Thieves Guild Leader, Fight... äh, Fight Club, ja. Fight Guild Leader und... Speaker in der Dark Brotherhood. Moin. Ähm. Na, aber hallo. I said I've got it. You did. I can count on you. I never thought to see a great Wilkins Stone. As beautiful as all the old tales tell. Schöne Armour, übrigens. Of course its beauty is a mask for its deadly power. Like everything crafted by the aliens. Now, we need only one more item and we'll be ready to open a portal to Manka Kameran Drill. Hm. And she's my loss. I should have seen it sooner. It's the counterpart to the great Wilkins Stone. Just as the first two were the opposed powers of the Daedra and the Divines. Wilkins Stones contain the concentrated power of Mundus. Their counterpart are Sigilstone, which you use to hold open oblivion gates. A great Sigilstone, then, is what we require. Have I not yet? Sigilstone, what's the catch? You're not going to like it. Geoffrey doesn't like it. The Countess of Bruma certainly isn't going to like it. Great Sigilstone are the anchor of great gates. The kind of gate to the mythic dawn opened at Kvatch. The kind of gate to the mythic dawn wants to open here, to destroy Bruma. So we let them open the gate. I said you weren't going to like it. The risk is great, I know. I was at Kvatch. I saw the terrible power of the Daedric siege engine. But we have no choice. The only way to recover the Amulet of Kings is to allow the mythic dawn to proceed with their plan to attack Bruma. At least you'll be safe here. No. I'll lead the defense of Bruma myself. If I am to be Emperor, it's time I started acting like one. It's too risky, I'll lead the battle. Remember when we first met in Kvatch? I told you that I didn't want any part of the gods' plan. I still don't know if there is a divine plan. But I've come to realize that it doesn't matter. What matters is that we act. That we do what's right when confronted with evil. We act, we attack, we protect. Kvatch, it wasn't the gods that saved us, it was you. Were you acting for the gods? I don't know. But now, it's my turn to act. I act for Mundus, as you command. Please, my friend. I need your judgment, not your obedience. I explain myself to you, so you understand me. And so you can explain to the Countess. I'm afraid she may take a bit more convincing than you. I'll inform the Countess at once. Good. Have her meeting with the Jaxx, and tell us for a council of war. That seems like a fitting place, to make such desperate plans. Sure. Defense of Bruma. Und Brumagate haben wir ja, glaube ich, schon von der Quest her geschlossen. Is okay. Ähm. Wir nehmen allerdings. Jetzt muss ich mal gucken, welches. Dieses Beingehors in Shadenhallen Quest. Achso. Nee, was? Achso, Beingehors. Ich hab Horse irgendwie gelesen. Naja. Äh. Genau, Lionpel brauchen wir ja auch noch für den guten Molag Baljede. Ähm. Was ist eigentlich hier? Horse Armor. Das könnte nochmal interessant sein für Shadowmeer. Oh, weh, mir. Ein Glück ist er wieder hier. Kleiner Rhyme. So. Mein Lieber. Ist ein Ork. Was ist es? Wie ist es? Snog Grabera. Owner and proprietor. Gesundheit. Wir borden Horsen und, well, wir verkaufen Horsen und, well, wir verkaufen Horsen. Anymore, das ist. Ähm. Ich habe hier über die Horsenarmor. Was kann ich dich interessieren? Steal oder Elvenarmor. Hier bist du. Just like I promised. Oh. Thanks again for all the help. Das? Okay. Das Nagra Burra armoured my horse for free. From now on, she will outfit any legally owned horse that I bring to her with steel or Elvenarmor for 500 gold. Ah, sweet. Das 20, was ich für sie getan habe. Aber okay. Damit ist der Shadowmeer. Yeah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Like father, like son. Na okay. Nicht mehr ganz mit dem, äh, yeah, ne? Mit der Dingsarmor, die wir haben. Äh, von Hirzien. Mit Save His Hide. ja, okay. Like father, like son. Who's a good horse? Who's a good horse? Gut. Wunderbar. Das hätten wir ebenfalls abgeschlossen. Sehr schöne Sache. Das heißt, jedes Mal können wir jetzt ein Horse equippen. Ah, gibt's nur die beiden? Das ist ein bisschen schade. Naja. Gut. Ähm. Ähm, mm, mm, mm. So. Brushed with Death. Deep Screen Hollow. Separated. Vampire. Pilgrimage. Pilgrimage? Was ist das? Battlehorn Castle. Runes Razor. Dunbarrow Cove. Ähm. Okay. Was ist das hier überhaupt? Cam Bales. Ha. Ähm. Also das ist auf jeden Fall natürlich, das wissen wir, das ist, ähm, Shivering Isles. Für, ähm, ich hab mir die ganze Zeit ne Jiggle Egg in den Kopf. Es kam mir nur auf den Namen, verdammt. Ähm. Yes. Das müsste ein Lightfoot 9 sein, Pilgrimage. Und direkt ein Anvil, perfekt, wo auch mein, äh, Mainfenster nach wie vor ist. Hier kenne ich mich auf jeden Fall aus, zumindest im Kessel. Preach, mein Freund, Preach. Who will stand for the eight and one? Who will complete Pelennol's holy mission of vengeance upon Umaril, the unfeathered? Oh my. To what do I owe this honor? I am but a humble prophet. Yes. What business do you have with me? Open business. Anvil Chapel Attack. This is only the beginning. Umaril has returned, as foretold by Pelennol Whitestrake in his dying breath. Ich schaue mir momentan übrigens extrem viel Fudge Muppet an auf YouTube. Die Kollegen sind großartig, machen sehr gute Lore-Videos und auch Lore-Podcasts zu Elder Scrolls Lore. Mittlerweile erkenne ich die ganzen einzelnen Namen wieder, was ganz cool ist und ich kann sie so mehr oder weniger zuordnen auch. Umaril? Who's that? Umaril, the unfeathered. Genau den meine ich. A sorcerer, king of the aliens, who ruled over this land for long ages before the rise of men. And Murr. He was cast down by Pelennol Whitestrain, but Umarils spirit survived. And now he has returned to seek vengeance upon the gods. Umaril, huh? Who is Pelennol Whitestrake? Oh, does no one remember the old tales? St. Pelennol, the divine crusader of legend, Alicia's companion when she overthrew the rule of the Aileids three thousand years ago. Pelennol, with the aid of the gods, fought the Aileid sorcerer, king Umaril, and sloughed him. But, Umarils spirit survived. And he has now returned. Shivering Alts war Sheogorath, was mir übrigens gerade jetzt wieder in den Sinn gekommen. Also so ein bisschen wie, ohne jetzt, ohne irgendwas zu spoilern. Sheogorath und Jigalak sind ja eine Person, wurden mittlerweile getrennt wieder. Das heißt, Sheogorath ist jetzt eine einzelne Person und Jigalak wurde von Sheogorath mehr oder weniger befreit. Das heißt, Jigalak gibt es wieder als Star Aedric Prince, nur extrem angeschlagen. Das heißt, es dauert ein paar Jahre, bis der Kollege wieder ein bisschen, wie früher quasi wird. In Alice Scrolls 6 wird es wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Vielleicht in Alice Scrolls 8 oder so. 7 oder 8, je nachdem. Oder auch in Alice Scrolls Online irgendwann demnächst vielleicht schon. Deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen gedauert jetzt über die Jahre und dann hat Umaril wieder Power bekommen. Das kann gut sein. Just tell me, who attacked the chapel. Do you understand nothing? The blood speaks. I can read the ancient runes if you cannot. So how do we stop Umaril? Alas, Umaril cannot be stopped. Not without the aid of the gods, not without the Crusader's relics. Without a champion, the gods are powerless to act. But who among us is worthy to wield the divine Crusader's weaponry? Speaking to him, I will quest for the relics. You would quest for the holy panoply of Hellenal White Drake? The legendary relics that have been sought by mighty warriors throughout the ages? Exact. Are you a worthy knight? Oh, I serve Sithis. Not unless the Grey Fox is a knight. Oh, I am the fighter's guildmaster. I apologize for even asking the question. Oh, yeah. Das ist super, dass man super auswählen kann. Nice. Sehr schöne Sache. Okay. Noah, Serbs, Sithis und Grey Fox ist auch eine sehr schöne Sache. Also alles, was man schon abgeschlossen hat zu dem Zeitpunkt, kann man hier quasi auswählen. Das ist super. Okay, das mal was you but only cast beyond the bounds of Und jetzt hat er zurückgekommen, um seine Vengeance auf den Gottes zu tun, wie er sich selbst von Pelennel gegründet hat. Nur ein wahrer König, die Heilige Reliken des Heiligen Crusader, hat eine Chance für die Featur. Aber für Tamriel, die Räume der Krusader haben sich verletzt für viele Jahre. Wer kann jetzt in der Reise für die Räume, wo die größten König der Läge all verletzt? Aiden won. Und die VIII... ... wurde neun. Ich folgte den alten Weg... ...de honorieren die VIII... ... während auch der Neue zu Talos... ... derjenige, der aufzumpte. Bist du... Also, okay. Hero of Kvatch. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Wie kann ich den Relix finden? Die Gäste geben ihnen diejenigen, die sie wertvoll sind. Warum und wie sie actieren, ist nicht predictable. Was ich kann Ihnen sagen, ist, dass... Traditionlich... ...nights, die sich für die Relix wünschen, ... würden die Pilgrim's Welt gehen. ... ... If the gods deem you worthy, you will be granted a sign. Go forth, with the nines blessings. Okay, Pilgrimage. For those who would repent their past deeds, walking the pilgrims way is a traditional way to cleanse yourself before the gods. Hm, also es ist doch noch hier. Follow the map, I gave you. Visit the wayshrines of the nine. Pray. And wait for a sign. Ah, so ein bisschen wie in Solstheim? Morrowind? Blood Moon? Mit dem Skal? Oh ja, das wissen wir. Okay. May the eight and one guide your steps. Dann schauen wir doch mal Pilgrimage. Also sind die... What? I spoke to a mysterious prophet, who told me that in order to seek the relics of the Crusader, I must first do a pilgrimage to the wayshrines of the divines. He gave me a map of the pilgrims way to help me locate the shrines. Once I have visited a wayshrine for each of the nine divines, I may receive a vision if I am judged a worthy knight. Also bekommen wir das erst, wenn wir wirklich ein paar Guildenquests schon abgeschlossen haben anscheinend? Interessant. Okay. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. So, ähm... Wagehrines map. Schauen wir mal. Äh... Okay, in der Mitte... Ah, okay, alles klar. Okay, 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 okay. In der Mitte haben wir, ähm... Na. Die Dings. Jesus Christ. Heißt... Imperial City. Und dann haben wir... Das sieht mir nach... Also Akatosh sieht mir zumindest nach... Nach, ähm... Nach Bruma aus, oder? Schauen wir mal. Wir werden uns auch nicht auf der Karte angezeigt, was interessant ist. Es ist vor Bruma. Gehen wir mal nach Anga. Das ist ganz cool, dass es, äh... Nicht mal auf der Karte angezeigt wird. Dass man so ein bisschen... Wirklich... Suchen muss. Wo ist Shadow mir? Man! Naja, halb so wild. Wahrscheinlich Shadow mir gerade wieder auf dem Weg hier ein... Was, warum er uns gerade gespottet hat, äh... Ein Garaus zu machen. Soll mir eigentlich ganz recht sein. Wobei uns momentan gar keiner auf den Fersen ist. Naja. Ähm... So, jetzt hier in die Richtung müssen wir. Ich schau nochmal kurz. Das ist wirklich interessant, dass es nicht mal auf der Karte angezeigt wird. Äh... Angewohnheit. Äh... Aber wir haben ja vorher... Good Morrowind und Blood Moon gezockt. Da... Sollten wir das nochmal probieren. If you wish to repent your... Repent of your sins and eradicate your life to the gods' prey... At the way shrines of the nine. May the nine hear your prayers and look upon you with tender loving kindness. Na, das hätten wir sehen, wenn wir Sithes folgen und den Grey Fox ebenfalls. Ja, aber das ein bisschen oberhalb. Okay. Also... Hier so denke ich mal, ne? Da müsste das sein. Jawohl. Mal sagen, das ist definitiv nicht unser Pferd. Sehr gut. Mal ein paar Tiere umbringen vorher. Das wird die Götter definitiv sanft stimmen. Tch. Wir sind doch jetzt hier auf dem kleinen Trampelpfad. Die nicht... Nicht mal die sind ja safe, weil wir da your money or your life haben könnten. Ah, okay. Ich nehme mal die Kaul kurz ab, weil ich glaube, das ist eine Patrouille. Ne, never mind. Speaking of your money or your life, es ist aber kein Kajit, diesmal. This guy. You have awoken the demon. What's the matter, huh? Bitch. Try me. Clean. Dwarven War Axe, eh? Mittlerweile hauen sie auf jeden Fall ordentlich gut rein, die Kollegen. Amor ist immer noch ziemlich schlecht. Da ist er nicht mit. Sehr schöne Pose übrigens auch. Das war ein Redguard sogar. Der hat mal irgendeiner ins Müslige geschnissen, eindeutig. Was mit meiner Magicka jetzt gerade? Das ist komisch, hm. Ich kann zumindest auch ein Level, ähm, ein Level aufsteigen übrigens. So viel weiß ich noch. Da habe ich definitiv nicht vergessen. Ein bisschen komisch, dass Resting mittlerweile nicht mehr reicht, dass man wirklich schlafen muss. Während dessen Morrowind natürlich so war, dass man einfach nur restet. Und jetzt... Ich bin hier der Morrowind. Ich bin hier der Morrowind. Und jetzt... Ich bin hier der Morrowind.